Unsere Welt braucht Energiespeichersysteme. Die Bevölkerung wächst, der Verkehr nimmt zu und Energie wird immer wertvoller. Umso wichtiger ist es, dass man diese Energie effizient nutzt. Und genau da spielt Energiespeicherung eine Schlüsselrolle. Dank dieser Technologie können wir auf Verbrennungsmotoren verzichten und weitere Strecken elektrifizieren. Oder man kann Stromspitzen glätten, indem man z.B. bei einer Bergbahn beim Anfahren zusätzliche Energie der Batterie gewinnt und sie beim Bremsen wieder auflässt. So helfen Energiespeicher den globalen CO2-Ausstoss zu reduzieren und unsere Ressourcen effizient zu nutzen. In Baden baut AB genau solche Energiespeichersysteme zusammen. Mittlerweile sind sie weltweit im Einsatz in Züge, Tram, Busse und Bergbahnen. So leisten wir einen wichtigen Beitrag an eine CO2-arme Mobilität und eine nachhaltige Zukunft. Auf Wiedersehen. Uponz dem Asterole! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal.